Ich habe mich eingesetzt dafür, dass Volker Kauder Vorsitzender bleiben kann. Das ist eine Stunde der Demokratie und da gibt es auch Niederlagen, da gibt es nichts zu beschönigen. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Morgen sind wir wieder dabei, an der Sache zu arbeiten. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich habe ganz großen Respekt vor Volker Kauder. Ralf Brinkhaus, neuer CDU-CSU-Fraktionschef, das ist ein Aufstand gegen Merkel. Thomas Oppermann, SPD, Bundestagsvizepräsident, herzlichen Glückwunsch zur Wahl, Ralf Brinkhaus. Danke an Volker Kauder für die Zusammenarbeit. Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionschefin, Herr Kauder war immer ein Assistent von Angela Merkel. Die Kollegen setzen eigene Akzente, finde ich gut. Christian Linder, FDP-Fraktionschef, ich gratuliere dir ausdrücklich, Ralf. Das ist ein herausforderndes Amt. Volker Kauder habe, einen langen Applaus als Dank erhalten. Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, herzlichen Glückwunsch an Ralf Brinkhaus zur Wahl als neuer Fraktionsvorsitzender. Danke an Volker Kauder für 13 Jahre an der Spitze. Dorothee Bär, CSU-Staatsministerin für Digitalisierung, dass es so ausging, war dann doch nicht zu erwarten. Es ist die Uraufgabe der Demokratie, mehrere Personen zur Auswahl zu haben. Das hat die Kollegen und Kolleginnen erfreut. Hans Michelbach, CSU, es ist ein Zeichen, wie tief zerstritten die Union insgesamt ist und dass ihr im Kern die Ideen ausgegangen sind, dieses Land weiter zu regieren. Anton Hofreiter, grünen Fraktionsvorsitzende, mit dem Durchfall in Volker Kauders, zeigt sich der Machtverlust Angela Merkels in der CDU nun deutlich. Die Merkel-Dämmerung hat endgültig eingesetzt. Alice Weidel, AfD, Brinkhaus ist entgegen dem ausdrücklichen Wunsch von Merkel neuer Fraktionschef der Union. Das ist der Anfang vom Ende Merkels. Ihre Autorität ist massiv beschädigt, niemah Movasat, die Linke.